Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. V für die V. Wir gehen jetzt in Welt 5.1, was auch immer uns da erwarten. Mag ich, hab absolut keine Ahnung. Riesenpflanzen. Na toll. Und oh, ein Pilz. Die bewegen sich auch noch, diese Pflanzen. Es sind Pflanzen, die laufen können. Was zur Hölle? Ah, warte, da kann ich einfach so rüberspringen. Hier ebenfalls und dann, ja toll. Warte mal, was ist das denn hier? Nichts scheinbar. Weg mit dir. Ist da wirklich nichts, das sieht so... Ah. Sieht so aus, als wäre da irgendwas. Huch, was zur Hölle? Okay. Ich wusste doch, dass da... Wo kommst du denn auf einmal her? Was soll denn... Oh, wie praktisch. Wenn ich jetzt da noch... Ah, jetzt komm ich rauf, so. Mist, ich treff die nicht. Was zur Hölle? Naja. So, weg mit euch. Weg mit dir. Weg mit dir und... Eine Münze, wow. Ja, komm, Münzen. Ich bin Mario, ich muss diese Münze nehmen. Warte, 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 warte. Halt, da ist doch bestimmt irgendwas Tolles drin. Nur ein Leben? Naja, immerhin. Oh, noch ein Leben durch Münzen. Na, wie praktisch. Ach, guck mal. Ich frä die einfach alle ein. Ich weiß auch nicht, ob ich ins Wasser gehen soll, um da irgendwas zu finden. Offensichtlich kann man da rein. Oder auch nicht. Der Fisch könnte doch da gerade rein. Ich dachte jetzt, ich könnte das auch, aber offensichtlich nicht. Seltsam. Sehr seltsam. Kaputt mit dir. Geht gar nicht. Ach, ich komme doch rein. Ach, ich kann nicht rein. Ich konnte nicht rein, weil der Fisch da... Okay, verstehe. Weil der Fisch da geschwommen ist. Hahaha. Okay. Das hat so einiges erklärt. So, ich... Glaube, ich muss hier gar nicht nachgucken, was da drin ist. Im Moment zumindest nicht. Okay, jetzt soll ich schwingen. Uah. Huch. So. Und ein Stückchen runter vielleicht. Ja, was soll ich denn da machen, bitte? Wie dienlich. Kriege ich hier noch irgendwas? Ein Pilz. Na, immerhin. Das war ja jetzt eher ungünstig. Um es mal so auszudrücken. Äh, würdest du bitte... Danke. So. Ich wette, der Münzenkreis wird richtig toll sein. Da muss ich bestimmt diese Münzen einfach einsammeln. Okay. War jetzt doch gar nicht so schwer. Äh, interessanterweise. Hallo? Okay, der ist jetzt erstmal tot. Du bist jetzt auch... Hallo? Jetzt hab ich ihn mal getroffen. So. Ihr Mistviecher. Weg mit euch. So. Aber ist denn hier... Muss doch irgendwo... Eine Sternmünze sein vielleicht? Ich weiß es nicht. Warte mal. Okay, da kann ich nicht reinscheinen. Weil ich dachte, da könnte ich vielleicht rein. Aber offensichtlich geht das nicht. Und hier? Auch nicht. Nö. Keine Chance. Okay. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh. Na, wenn schon, denn schon, ne? So. Wenn ich schon ins Ziel komme, dann wenigstens so. Das war ja jetzt tatsächlich gar nicht so schwer. Und ich hab's hinbekommen. Juhu. Mit einem One-Up. Allerdings fehlt mir die letzte Sternmünze. Ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Hm. Werde ich irgendwann nochmal finden. Vielleicht. Ach, jetzt... Hm. Hehehe. Na toll. Also, da sind Dornen. Das heißt, ich kann... Jetzt kann ich nirgendwo langen. Sehr witzig. Ähm. Hehehe. Hehehe. Lustig. Das war so klar. Aber ich hab eine Feuerblume, siehst du? Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Ah. Ah. Okay. Huch. So. Okay. Ja, ja. Ich geh ja da schon hin. Ich hol dich schon aus der Kiste raus. Na, guck mal. Drei Pilze. Wow. Juhu. Drei Pilze. Da freut sich aber Mario. Außerdem kann er jetzt... weitergehen. Und zwar entweder hier oben rein. Äh. Du bist 5'2. Und das unten wird wahrscheinlich 5'3. Dann geh ich zuerst in 5'2 rein. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wickler. Ach stimmt ja. Die kann man gar nicht töten, ne? Die werden nur wütend. Wenn man drauf springt. Na toll. Wie praktisch. Was ist hier drin? Eine Münze. Was da unten drin ist? Ach, da geht's weiter. Na toll. Heißt also, ich muss jetzt hier irgendwie an denen vorbei. Und dann hier hoch und da rein. Um ein... Oh, Paublock zu finden. Und hier außerdem noch... Oh. Hoch. Das hat ja wunderbar geklappt. Na ja, so ist das auch nicht sehr hilfreich. Äh. Ich wollte gucken, was hier drin ist. Ach, nur eine Feuerblume. Wow. Brauch ich ja nicht. Hehehe. Oh, guck mal, eine Blume. Ach. Hör auf. Äh. Ich glaube, ich weiß, wozu ich den Paublock hätte gebraucht. Oder? Kann man nicht... Ach, das geht auch. Okay. Okay, dann da rein. Und, äh, weiter. Am besten. Irgendwie. Oh. Da ist eine Sternmünze. Und ich wette, ich muss... Waaaaa. Was? Okay, ich hab's geschafft. Ohne... In die... Sehr... Naja. Oh. Da komm ich ja gar nicht durch. Scheiße. Okay, folgendes. Halt. Ich muss hier schnell sein und mich da unten reinstellen. Also. Theoretisch. Jetzt kommt natürlich keiner. Ach, da geht's gar nicht hoch. Ach, da soll ich ausweichen. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Oh nein. Fledermäuse. Wie sehr ich Fledermäuse liebe. Ich habe da noch so meine Erinnerungen, weißt du? Genau das meinte ich nämlich. So. Okay. Halt. Da oben. Da kann man bestimmt irgendwie rein. Aber frag mich nicht, wie. Ach nein. Ach, stimmt ja. Diese Fledermäuse wieder. Nerv. Oh. Halt. Oh, da muss ich bestimmt hoch. Aber ich weiß nicht, was da oben ist. Ach, nur eine Sternmünze. Ich dachte schon, da ist jetzt irgendwie ein Secret Exit oder sowas. Aber ich glaube, der wäre besser versteckt, oder? Ich kann mit dem Block da nicht durch. Toll. Wo lande ich denn? Ach, hier lande ich wieder. Ne, hier war ich noch gar nicht. Warte. Huch. Nein. Pilz, Pilz, Pilz. Fledermaus. Drecks Fledermaus, eh. Das Problem ist jetzt diese Fledermaus. Wenn ich jetzt... Ah. Oh, guck mal. Leben. Mensch. Es war so geplant. Hust. Genau so war das geplant. So. Okay. Und jetzt zum Ziel. Ich hoffe, da kommen wir jetzt nicht... Ach, nur so ein Ding. Warte mal. Oh. Ach, krass. Na nun. Da wird er abgeschlossen. Also irgendwie läuft es heute zu gut. Hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, aber... Es kommt mir irgendwie so vor. Was ist da denn los? Fehler in der Matrix wahrscheinlich. So, da geht's schon zum Schloss. Aber ich gehe erst mal... Ähm. Witzig. Ich kann da unten jetzt nicht hingehen, oder was? Willst du mich verarschen? Wieso kann ich da unten denn jetzt nicht hin? Was soll denn das? Dann gehe ich halt ins Pilzhaus. In der Hoffnung, dass ich danach da unten hin kann. Okay. Wer wagt, gewinnt. Also Items. Ach, Power-Up-Tafeln. Okay. Äh. Zwei identische Items und nicht diese zwei. Okay. Das ist ein Stern und... Oh. Du bist eine Blume und ich gehe mal in die Ecke einfach. Keine Ahnung. Ich glaube man... Das ist einfach zufällig, glaube ich. Genau das, äh... Toll. Jetzt finde ich alles, aber nichts... Hier. Oh, guck mal. Ein Stern zumindest schon mal. Okay. Noch darf ich? Alter. Das gibt's doch nicht. Zwischen den beiden Sternen ist bestimmt... Das ist doch nicht wahr. Ich finde alle Items bloß nicht... Ach siehste. Bloß keine doppelten. Da. Naja, immerhin zwei. Da wären die anderen gewesen. Toll. Okay. Ja, ja. Ich weiß, wie ich Items eins... Das ist doch verarschig. Ich kann da unten nicht hin. Muss ich jetzt echt erst ins Schloss gehen? Wie dämlich. Will ich nicht. Ich wollte da unten jetzt hin. Was soll denn das? Vor allem kann ich sonst nicht speichern, weißt du? Ich kann ja nur speichern, wenn ich das... Oh, Schloss gemacht habe. Okay. Du bist kein Item, leider. Du bist ein Item. Zum Glück bewegen die sich mit. Ähm, so? Fragezeichen? Keine Ahnung. Wie holm ich denn jetzt? Ah, ich muss da rüber. Okay, warte. Nein! Scheiße. Ich meine natürlich... Bäh, verdammt. Verdammter Mist. Ich mag das so nicht. Du blödes Mistviech. Ich wette, ich muss jetzt... Ich muss jetzt da rauf, ne? Guck mal, eine Sternmünze. Huch. Okay, das war die erste. Hm. Und... Wie komme ich jetzt da ran? Achso. Ja, sehr witzig. Sehr witzig, liebes Spiel. Sehr witzig. Echt. Hä, hä, hä. Wirklich lustig. Ich lache mich... Oh, tot. Puh, hier habe ich zumindest ein bisschen sicheren Hafen. Ah, ich hätte erst zum Checkpoint gehen sollen, ich trottel. Der hätte mich doch groß gemacht. Naja. Wow. Alter, sind die schnell. Das gibt's ja nicht. Okay, das war auch ne Sternmünze offensichtlich. Allerdings keine sehr gesunde. Also für mich jetzt. Oh, scheiße. Warte. Äh, hä, hä, hä. Man muss da groß hinkommen. Gibt's hier vielleicht... Gibt's hier vielleicht... Was nennt das hier für ne Boss-Tür? Normalerweise gibt's doch vor denen immer... Ah. So ein Pilz. Huch. Ach, scheiße. Da kann man auch nicht drauf laufen. Äh. Das bringt ja so nichts. Jetzt komme ich da... Na, richtig toll. Wow. Okay, ich besiege erst den Boss. Ich muss sowieso noch... Muss ich sowieso nochmal entschlossen? Ich weiß es nicht. Ja, doch, muss ich ja. Jetzt kriege ich ja die Sternmünze nicht mehr. Es war auch sehr dämlich, da jetzt einfach rüber zu laufen. Aber gut. Ich weiß nicht mal, ob ich den Boss hier überhaupt schaffe. Der sieht gerade sehr, äh, 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 interessant aus. Okay, jetzt habe ich ihn und jetzt... Kann ich einfach hier drauf stehen bleiben? Ist ja auch... Wow. Hey, was soll denn das? Warte, er springt jetzt gleich? Und jetzt... Uff, da. Okay. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Juhu, geschafft. Allerdings fehlt mir immer noch... Die letzte Sternmünze. Ich glaube, ich gehe nochmal rein. Allerdings erst... Äh, nachdem ich das andere Level gemacht habe, oder? Ich weiß es nicht. Jetzt kann ich zumindest speichern. Aber ich würde trotzdem gerne ins andere Level gehen. Ich hoffe, ich darf das. Hallo? Wieso darf ich nicht? Äh. Ja, ja, speichern. Wieso darf ich nicht ins andere Level reingehen? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht wahr. Man lässt mich einfach nicht. Das ist doch unfassbar. Nein, ich wollte doch... Alter, da will ich nicht hin. Will ins Schloss gehen nochmal. Wie dämlich. Ich darf da einfach nicht hin. Da sind überall Dornen davor. Die mich nicht hinlassen. Wie scheiße ist das einfach? Ja, nur eine Münze. Okay. Irgendwo war doch hier eine... Na, jetzt wird es ein Pilz sein. Ja, ein Pilz. So, okay. Ich brauche ja jetzt die ersten beiden Sternmünzen nicht mehr. Das hat ja auch schon mal seine Vorteile. Wow. Ach ja. Stimmt ja. Ich muss ja jetzt hier rüber. Äh. Warte. Da war jetzt eine Feuer... Ne, eine Eisblume oder sowas drin wahrscheinlich. Kann ich. Yep. Okay. Jetzt hier. Rüber. Da. Da. Da hoch. Jetzt da rüber. Wow. Okay. Ich hole mal erst den Checkpoint und dann das andere Dings. Ich hoffe, da ist jetzt eine Eisblume drin. Nein, natürlich nur eine Münze. Immerhin bin ich groß. Ist ja auch schon mal was. Oh, ein Leben. Warte mal. Das möchte ich natürlich gerne haben. Jetzt muss ich aber erst mal hier rüber und da hoch. Okay. Und jetzt nochmal nach oben. Ach, da hätte ich stehen bleiben sollen. Stimmt. Oh, okay. Scheiße. Warte mal. Wenn man hier... Da kann man springen, ne? Aber ich könnte das... Dings nicht nur in die Mitte stellen, sondern auch hier rüber. Ne, Moment. Also jetzt hier irgendwo hin. Aber hier scheint nichts zu sein. Ne, okay. Da ist nichts. Gut. Ich dachte nur, da könnte was sein, weil... Naja. Es sah so verdächtig aus, aber da war einfach nichts. Im Endeffekt. Ja. So komme ich da nicht durch. Heißt jetzt also erstmal hier ran. Den Pilz holen. Warten, bis das Ding wiederkommt. Dann runter. Warte. So, jetzt nicht den gleichen Fehler wie vorhin machen. Genau. So, und jetzt muss ich hier zur Sternenmünze irgendwie kommen, indem ich dagegen springe und die ganzen Blöcke kaputt mache. Das kann ein bisschen dauern. Na toll. Ich warte nochmal. Nur zur Sicherheit, ne? Wir haben ja genug Zeit. Okay, Sternenmünze habe ich jetzt. Jetzt muss ich bloß noch zurückkommen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Ja, okay. Das Zurückkommen sollte eigentlich auch nicht so schwer sein. Okay, jetzt so ein Bösschen oder Boss oder wie auch immer. Und, äh, äh, ja. Weißt du ja. Den besiegen halt. Das sollte auch nicht das Problem sein. Ich weiß ja, was er macht. Sogar im Sprung erwischt. Faszinierend. Oh. Das war nicht so schlau. Ah. Hilfe. Ah. Uah. Doch. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch einfach nicht wahr. Das darf doch nicht wahr sein, du. Jetzt, der habe ich bei dem Boss, weißt du, beim ersten Mal geschafft und dann, äh, auf einmal nicht mehr. Okay. Pilz. Und dann hinauf gleich. So. 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 Und diesmal vielleicht nicht so doof an Stellen und einfach hier stehen bleiben. So. Die Sternmünze brauche ich ja eh nicht. Die habe ich ja schon. Okay. Hier komme ich nicht rüber. Ich muss natürlich auf die andere Seite. Ist ja klar. Okay. Warte. Warte. Wir haben genug Zeit. Wir haben sogar weniger Zeit als vorhin. Seltsamerweise. Huch. Na, sehr schlau. Wow. Okay. Pilz holen. Und nochmal rüber. Da war ich zu voreilig. Vielleicht hätte ich mir mehr Zeit nehmen sollen. Das wäre vielleicht keine allzu schlechte Idee gewesen. So. Und warten. Juhu. Warten. Wie ich warten einfach liebe. Hm. Ja. Der Zug kommt zu spät. Äh. Ja. Das Auto springt nicht an. Oder. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Oder. Oder. Die neue Folge. Äh. Von New Super Mario Brothers. Wie? Kommt zu spät? Tja. Dann probieren sie doch mal. Warten. Warten hilft ihnen. Bei vielen Dingen im Leben. Zum Beispiel. Weiß ich doch nicht. Ja. So. Okay. Boss besiegt. Wir können jetzt. Eine Aufnahmepause machen. Und hoffentlich dorthin gehen. Wo wir hinwollen. In das andere Level. Theoretisch. Das war eigentlich der Plan. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Leider sind da. Ah. Die Ranken sind aber anders gewachsen jetzt. Glaube ich. Speichervorgang beendet. Okay. Beim nächsten Mal. Nein. Wir können da nicht hin. Scheiße. Wir kommen einfach nicht in das Level da. Äh. Links. Unten. Siehst du da. Mit diesem. Das so wunderschön ist. Mit diesem. Holzdings. Was auf. Oder das auf diesem. Weiß ich nicht. Giftigen. Zeugs da schwimmt. Da kommen wir nicht hin. Okay. Ja. Müssen wir mal sehen. Gehen wir irgendwann rein. Äh. Vielleicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe euch hat es gefallen. Ich hoffe ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sage jetzt erst einmal. Tschöööö.